Die Abwechslung macht Sneak-Review im Kino-Center Heidenheim und Kinopark Ahlen. Was läuft? In jedem Fall ein absoluter Top-Film vor dem offiziellen Kinostart. In dem lohnt sich. Tickets für nur 5 Euro. Mehr unter kino-hdh.de und kino-aa.de Nummer 23, Kevin Krauss. Untertitelung des ZDF, 2020 Nummer 23, Kevin Krauss. 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 Musik Applaus 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 Applaus